Ich habe irgendwie immer Probleme bei so einer Türen, dass ich durchkomme, bin ich ein bisschen unfähig, um es zu schaffen, hoppala, total vergessen, dass das Ding nicht zumacht, schon, mag ich hier mal, ja, ich habe die Holzplanken wieder vergessen, mein Hirn ist wie ein Sieb, nur noch viel schlimmer, ein extrem grobhooriges Sieb, So, dann haben wir das hier gleich, die nächste Schaufel gepackt, so, dann haben wir auch wieder Erde eingesammelt, wie immer, Und ab hier geht dann der Cobblestone los, so, 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 dann haben wir hier natürlich einen schöneren Weg, und mal wieder einen anderen, nicht immer dasselbe hier, Na, der war wieder genital, so, dann haben wir hier schon wieder mit Stein hantieren, dann muss ich natürlich die Spitzhacke wieder zur Hand nehmen, Weil ich kenne mich zu genüge, dass ich andauernd die Steine hier verkehrt setze, So, so kann man auch einen Weg machen, so, So, dann muss ich hier wieder mal, der Stein weg, so, der gehört auch weg, der ist ein bisschen überflüssig, Jetzt mache ich da mal wieder Erde ran, Machen wir hier schön dicht, Dann mache ich hier noch, Dass ich hier so hoch komme, Dann mache ich noch hier so einen kleinen Weg rein, so, So, der hier auch so Stein mäßig geht, Schön, wie immer die Ideen wachsen bei Minecraft, So, Dann mache ich hier so einen Bogen rein, So, dann haben wir das hier, So, so, so. So, so, so. So, so, so. So. So, als Abstützung. Und dann kann ich hier hoch. Falls ich hier irgendwo runterfalle oder so. Oder einfach mal wieder die Welt erkunden will. So, dann haben wir das. Ich glaube aber, den Weg werde ich nie nutzen, wie immer. So, so, so. So, so. Natürlich, da ist ja wieder Gras, deswegen haut es nicht hin. So, 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 so. So, so. Äh, das ist scheiß Gras und man sieht es so wie schief sehen. Zum Glück fressen jetzt die scharfe Gras, dass, dass hier nicht mehr ganz so schlimm ist. Oder, dass es nicht mehr ganz so schlimm wird. So, so, dann mache ich hier dicht. Ah, ich glaube, ich kriege die Erde echt gut los. Das finde ich super. Und wenn doch nochmal Erde anfällt, weiß ich immer, wo ich sie hinschaffen kann. So, dann pflanze ich hier noch ein bisschen Erde hin. Ist eh bald eine Lede. Die gute Erde. Die gute Mutter Erde. Da wird mir ja doch hübsch was los hier bei diesem Bau. Das gefällt mir. Themen bräuchte ich. Themen. So. Hm. Ich weiß immer nix. Das ist blöd. Äh. Ich wüsste auch jetzt keine... Äh. Ich bin auf das... Neu-Projekt von Mojang gespannt. Also. Da gab es eh schon im Vorfeld extrem viel Steid wegen den Namen. So, Gerichtstermin mäßig und so. Ist halt irgendwo doof. Nur weil er sich so ähnlich anhört wie ein anderes Spiel. Muss man ja nicht so kleinkariert sein, meines Erachtens. Aber das müssen wohl manche Spielefirmen einfach sein, weil sie Angst haben wohl vor so kleinen Indie-Produktionen, dass denen die Leute wegsaugt. Aber da sind sie selber schuld, wenn sie keine guten Spiele mehr so produzieren können. Gut, ähm... Es gibt schon noch viele gute Spiele. So ist ja nicht... Aber... Jetzt kommt das Aber mal wieder. Äh... Es ist oft so, dass es... Dass es... Dass manche es nicht mehr hinbekommen. Es ist zwar schade für die, aber... Hallo, da muss ich ja auch nicht jeden und alles verklagen. Nur weil jetzt ein Name ähnlich klingt. Aber naja... Das ist deren Entscheidung. Kann ich zwar nicht teilen damit. Aber da bin ich echt gespannt. Ich habe mich für die Alpha schon angemeldet. So... Mache ich hier mal so... Und so, 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 so... So, so, so... So... Dann nehme ich hier die Schaufel wieder in die Hand. Ein bisschen frei buddeln. Was ich hier... Schön... In meine Unterführung rein kann. So... Das dürfte frei genug sein. Ja, passt. Hier noch ein bisschen. So... Dann ist hier Ruhe. Bin ich echt gespannt. Vor allem, weil es mehr ein Rollenspiel werden soll. Und da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Ich glaube, ich glaube, die Menschen haben gute Ideen. Und... Dann wird halt mal geguckt. Ob gut oder nicht. Was stellt sich noch daraus? So... So... Nein... Zack, 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 zack. Oh, dieses Gras. Und es wird schon wieder dunkel. Rennen wir doch lieber mal ins Bettchen. Bevor uns irgendwas überrascht. Ich mag keine Überraschung in Minecraft. Geht wohl nicht nur mir so. Mit diesen Überraschungen bei Minecraft. Minicraft. So. Auf, zu... Und hingelegt. Und ich hoffe, ich vergesse diesmal die Holzplanken nicht. Dass ich hier mal... Was gescheit hinbekomme. Äh, huch. Auf den falschen Tasten mit dem Finger gehabt. So. Ach, ich hätte ja eh 38 Holzplanken dabei gehabt. Und 15 Holz haben wir auch bei. Ah, ich bin so unfähig. Beschwer mich, dass ich keine Holzplanken dabei habe. Dabei habe ich 38 Stück. Naja, so bin ich. Und... Und... Dass ich hier... Andauernden Block setze. Oh, wir können bald wieder... Das mache ich auch gleich mal. Hier nachzüchten. Wegen unserer Nachwuchs. So. Dass wir bald mal... An die Fleischreserven gehen können. An die Eiserneration. Dann können wir hier mal... Einiges massakrieren. So. Du... Und du. Du und du. Du. Du und du. Du und du. Und du und du. So. So, da kann ich nichts mehr machen. Jetzt habe ich hier... Gut mal was... An Viechern. So. Jetzt... Verzieht euch nochmal kurz. So. Du und du. So. Rest kommt mit. Ihr Ferkel. So. Du und du. Du und du. So. Du und du. Äh, du. So. Du und du. So. Dann habe ich da auch mal wieder alle. Immer diese Ferkel... und ihre Sauereien. Mache hier wieder zu. Und hier kloppe ich mal... das Holz in den Boden. Es wird ja schön langsam. So. Da gibt man auch schon das Holz aus. Dann mache ich gleich mal... Nachstapelung. Aber 60 Stück... dürfen jetzt endgültig reichen. So. Sag ich doch. So. Hier könnte ich auch noch so... Läuft hier der Weg so rein. Sieht sicherlich auch gut aus. So. Habe ich denn eine Axt dabei? Ja, habe ich. Dann gebrauche ich diese mal. So. Dann läuft hier der Weg so rein. Dann kann man hier so runter gehen... oder da oben weiter. So. Jetzt koppel ich mir mal wieder einen ab. Ist ja klar, dass ich wieder einen verkehrt setze. Wegen Gras. Wie immer. So. Noch ein bisschen den Koppel hier rein. Jetzt doodle hier schon wieder Monkey Island. Monkey D. All die... Wo ist Grambi? So. So. Nein. Ich mache es immer wieder. So. Gut, dass hier oben noch kein Gras wächst. Weil sonst würde ich hier vollkommen durchdrehen. So. Hat schon was. Das nenne ich mal eine Straße. So. Ich bin wieder schon wieder sauber, zu stark konzentriert. Ja. Ein Stein hält auf einer Blume. Wie realistisch. So. Ich mache hier mal...